Und zwar fängt unsere Reise in Kenia an. Ihr müsst wissen, wenn man von Europa nach Afrika reist, das ist nicht so schwer. Da kauft man sich ein Ticket, ein Visa, das kostet ungefähr 40 Euro, setzt sich in sein Flugzeug und fliegt einfach hin. Wenn man von Afrika aber nach Europa reisen will, dann kostet das Visa viel mehr Geld. Manche Leute müssen 10.000 Euro auf Seite legen, um so ein Visa kriegen zu können. Das können sich viele Leute nicht leisten und deshalb reisen sie auf gefährlichen Wegen. Durch die Nacht bis nach Europa, schwimmen durch tiefes Wasser durch. Manche können den Weg gar nicht schaffen bis nach Europa. Da ist also Otieno aus Kenia. Otieno ist ein Duo. In Kenia gibt es 42 verschiedene Bevölkerungsgruppen. Eine Bevölkerungsgruppe ist zum Beispiel so etwas wie eine riesengroße Familie. Otieno ist eigentlich also ein Duo. Und wo ist die Malaika? Ah! Und das ist die Jerry. Jerry ist eine Kikuyu-Frau. Man sagt, die Kikuyu-Frauen sind sehr, sehr gute Mamas. Man sagt auch, die Lus sind sehr, sehr stark. Diese beiden sind total verliebt. Jetzt gibt es allerdings ein Problem bei diesem Verliebtsein. Wenn man in Kenia heiraten will, dann braucht man sehr viel Geld. Und jeden Abend treffen sie sich heimlich und dann singt Otieno und Jerry das Malaika-Lied. Nächstes Lied bitte. Nächstes Lied bitte. Nächstes Lied bitte. Auf Europa und über Sudan, da kam er bei den Aschuris an. Sein Honkel geracht, der gab ihm einen Stoff. Die Cartoon Construction am Air Force. Seine Tante ließ Theresia, die Tochter so wunderbar. Oh, er sparte jedes Mal so kleine Geld. In der Fall ging seine Reise weiter um die Welt. Oh, und Ciano ist auf der großen Reise. Reise, bringt dazu, seine eigene Weise. Oh, Ciano ist auf der großen Reise. Reise, bringt dazu, seine eigene Weise. Er sieht Jerry, Jerry, für dich reise ich durch die Welt. Oh, Jerry, Jerry, für dich mach ich großes Fest. Oh, Jerry, Jerry, das mach ich zu dir zurück. Oh, Jerry, Jerry, und dann leben wir los. Jerry, Jerry. Und Frott schreckt Rief durch die Mikrofone. Hallo, wir wollen euch retten, aber keiner konnte sie verstehen. Hey, Frott schreckt ist sehr gefährlich. Sie hatten sogar Kanonen. Die armen Leute, die mussten sogar mit den Händen das Wasser aus dem Fuß rausholen. Mit den Händen mussten sie das Wasser aus dem Fuß raushmeißen. Dr. Kaduna aus Nigeria, der sagt, hey Bruder, hey Bruder, hey Bruder, hey, hey. Ich hab was mir will, dann kannst du arbeiten und ich krieg dir dann dein Geld. Für drei Monate war der Kaduna mit nem Job, mit nem Job, mit nem Job, mit nem Job, Job, Job. Doch Bob der Kaduna, er war ein Trüger, er zielte alles und lieb schnell vor. Willst du mich heiraten? Nein. Willst du mich heiraten? Nein. Willst du mich heiraten? Sag mal, hast du sie noch alle? Sag mal, hast du sie noch? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hau am Matata Denje amani Hau am Matata Tindia narobi Hau am Matata Tindia mumpati Hau am Matata Tindia namutu Hau am Matata Wazi wapindeza Hau am Matata Mama wapindeza Hau am Matata Watutu wapindeza Hau am Matata see I have you I young will now 1 1 Das ist ein Faktor! Das ist ein Faktor!